Willkommen! Ein neues Schnäppchen ist eingetroffen von meinem Lieblingshersteller Willi Schick. Und zwar das Modell 205-64, eine Weiterentwicklung des Modells 205-60 William, für Interliving gemacht, heißt jetzt dort Interliving 4000, in Leder Z69 Longlife, meliert, Farbe 50 Cognac. Links ist die Garnitur, also davor stehend links, 2,53 Meter, rechts 2,98 Meter. Also die Seite ist knapp 3 Meter und das ist 2,50 Meter und ein paar Zerquette stehen. Was ist das Besondere an der Garnitur? Klare Formgebung, super Sitzkomfort, weil hier ist ein Fähdekern integriert und dann ist eine Purfilmatte obendrauf, damit es schön soft wird. Hier sitzt man sehr gerne drin. Achtung, dieses Modell hat ein Kunde bestellt und dann nicht abgenommen, weil es ist ein Bestellfehler. Der Kunde wollte eine Höhenverstellung, die ist hier aber nicht integriert. Wahrscheinlich wurde der Code für Höhenverstellung, Rückenverstellung vergessen, aber braucht man meines Erachtens auch gar nicht, weil ich sitze hier richtig gut drin. Liegen ist natürlich gar kein Problem. Die Garnitur hat eine bullige Ausstrahlung, woher kommt das? Durch diesen Sockel hier. Macht die Gruppe etwas schwerer, etwas bulliger. Wenn Sie also einen großen Raum haben, dann wirkt die Gruppe richtig gut. Hier kann man natürlich super liegen. Ein pflegelechtes Long-Life-Leader für Sie. Das heißt, Männer geeignet, Kinder geeignet, altersgerecht. Hinten etwas softer mit dieser Absteppung, schön gemacht. Und ein Wahnsinnskurs. Ich darf es Ihnen ja hier nicht sagen, aber schauen Sie mal hin. Also ich denke, das könnte was für Sie sein, oder? Dann schnappen Sie zu. Dankeschön und Tschüss. Knöpfli. Vielen Dank.